da sind wir wieder mit der nächsten folge für starhaven und ich will mir das eigentlich wirklich abgewünscht nicht so zu sagen aber es ist was es ist dann beim er braucht noch wir haben hier noch bergungstasks aber eigentlich nicht mehr so richtig hier noch ein bisschen weichschrott noch ein bisschen infraschrott gibt ja halt blöderweise keinen hüllen schrott also hier die hülle können wir wohl nicht abtragen hier außen aber könnten ihm sohn hier die hülle abtragen mal ganz kurz schauen was was die haben haben die zufälligerweise fertilizer haben sie aber sie haben wasser und wasser haben wir eigentlich aber genug ich brauche nur fertilizer man künstliches fleisch könnte man sich holen aber für 658 ist schon ein bisschen arg teuer jetzt springen sie weg glaube ich um sprung erzwingung jetzt würde mich noch mal interessieren die verfügbaren ressourcen rechnen nicht aus das heißt wir haben ein biomaterial mehr das ist aber okay denke ich wo sind unsere kadaver hin warum liegen die hier nicht im lager ich glaube wir machen das anders wir bauen jetzt schon mal ihn hier hin pflanzen an und reißen ihn hier dann ab weil das aus also ressourcentechnisch macht das keinen unterschied aber wir können halt jetzt schon mal parallelisieren und dann können wir auch noch mal überlegen ob wir hier nicht noch mal einen hinkriegen oh das ist super wenn wir die antriebe hier hoch umziehen können wir hier sogar eine zweite reihe bio teile hinbauen das ist klasse das machen wir nämlich auch wir brauchen mehr crew langfristig dann machen wir hier nämlich mal nur nüsse und samen weil nüsse und samen sind das was gerade am meisten fährt so glenn was hast du denn für eine fertigkeit was botanik angeht botanik 1 ich würde dir am liebsten jetzt hier für dieses ding verbieten dass wirklich hier nur der alberto arbeitet weil der hat wenigstens botanik 2 wir haben irgendjemand der botanik 3 hat der ist es der der eigentlich hier arbeiten müssen nur hier arbeiten aber so viel micro kann man da jetzt auch noch nicht machen jetzt wollte ich aber nachschauen wie das mit dem komfort ist also ist jetzt hier der komfort höher geworden ja sieht so aus weil wir hier nämlich noch eine weitere wandte haben zwischen den kompostern und den sachen und die nahrungsproduktion die macht gar nicht minus das ist auch gut zu wissen heißt wenn wir die in den eigenen raum stellen sind die da sogar happy zu arbeiten noch mal nicht hinstellen warum war das da nicht möglich aber da schon thermostate stehen vielleicht habe ich hier mit dem thermostate ein bisschen wird und jetzt haben wir hier die unbehaltliche umgehung aufgehobenen licht also licht bringt keinen wohlbehagen wenn da die antriebe zu nahrung der sauerstoff erzeuger war er hier sind sie auch am meckern drüber aber gut wir haben wir haben das schiff jetzt schon echt gut aufgeteilt was ist denn hier hier sind die um erzeuger im weg mit die beiden tauschen würden sie stromerzeuger hierhin und die crew sachen dahin hätten wir wieder ein bisschen besser gebündelt was hässlich ist zusammenzupacken wenn die hier auch wieder ein bisschen happier das passt alles so wir können weiter springen denn hier sind die aufträge fertig vom verlassenen schiff wir haben alles eingesammelt und jetzt gibt es hier so viele rohstoffe und da so viele rohstoffe die frage wo wir weiter springen wollen wir hier hoch in das eben das kult von new haven oder in das sichere system oder wollen wir erst mal hier runter ich glaube da hoch brauche ich nicht aber eis und noch mal einen frack mitnehmen ach komm es ist halt energium energium sorgt dafür dass wir länger unsere energie aufrechterhalten können und diesmal machen wir das andersrum wir und die zuerst in direktbefehl und team nicht die in das schiff und sagen jetzt hier abgebaut werden darf und hier abgebaut werden soll so dass eben meine einheiten die meine crew mates die mitfliegen sollen hat weg sind so aber warte mal er ist dort erst dort er ist dort und geht nicht richtung schiff ich vermute ich beim kennen nicht ertappt beim auswendig erwischt jetzt wird meine befürchtung ist das bald ja bald jetzt noch nicht aber dass halt irgendwann die die großen monster kommen und vermutlich haben sie sich noch mal neue monster einfallen lassen und ich habe das gar nicht mitbekommen auf alles vorbereitet sein wieder aussteigen und mit normaler geschwindigkeit und mal hier das schiff das sieht er in kontakt und sich schrotflinte streut so dermaßen dass selbst auf drei felder distanz bereits die meisten schüsse einfach nicht connecten was auf der anderen seite schießen sie mit egal welcher waffe so oft daneben das ist vermutlich gar keinen riesenunterschied macht okay da ist irgendwie ein durchgang wenn ich rauskommen haben wir jetzt hier schon so grün gelibber an den wänden liebe leute wollte euch mal umdrehen und alien sonst greift es nicht an das war jetzt gerade schon so ein horror movie moment auf die wände schießen ich weiß was los ist ich habe hier das falsche ging an wegen oh ja so ein reaktor würde ich gerne mitnehmen er ist groß bringt richtig viel rohstoffe braucht natürlich refined energium aber hey noch mal aufheben er kommt jetzt noch dadurch nichts gebracht das ist eine schöne brücke das war schon ein richtig großes schiff was hier gleich zu zu abzubauen ist hier ist der antrieb da ist der direktbefehl weg das shuttle auch aus dem direktbefehl und bitte einmal hier alles transferieren das ist erstaunlich weh aber dafür haben wir hier bei bergen alles mitnehmen wie ist das jetzt hier wieder aufbereitet hier wird ja alles wieder aufbereitet da frage ich mich halt immer noch ob das hier so funktioniert also jetzt zum beispiel weichschrott könnte er machen weil wir haben zu wenig weich blöcke aber gibt es jetzt hier was zu tun und und gibt es überhaupt leute die das machen können wie sieht bei dir aus ist noch vieles am wachsen wir haben klin und jean haben erstmal ihre verschiedene und alberto haben erstmal ihre ruheschicht verdient dürfen erstmal alle fleißig schlafen jetzt sind wir eigentlich mit der forschung inzwischen wieder 20 prozent weiter aber so richtig schnell geht das mit der forschung gerade nicht wir müssen wir forschen auch was komplexes wir forschen was groß ist die chemie und die werden wir wohl hier hinstellen ne den schieben wir dahin und den haben wir lassen wir ja gerade schon auslaufen und dann bauen wir nämlich dahin die chemiefabrik dann werden wir uns vermutlich da giftige gase einfangen die wir irgendwie mit dem gas abschneider binden müssen wir haben aktuell einen hier stehen den können wir ja verschieben gaswäscher und einen hier hinten das passt dann verschieben wir den davor wir holen hier mal das drückst raus ja alles fertig geht es bei euch ja mal wachstumsrat 100 prozent die hier fertigungsmalus 25 prozent 16,7 prozent hier sogar 50 prozent also nüsse wir brauchen bessere botaniker und ich weiß immer noch nicht wie das überhaupt geht also ob die leute überhaupt was lernen können ob das schon implementiert ist sozusagen oder ob das noch fehlt das ist ein nachteil eben an alpha spielen aber ich finde für eine alpha ist es unheimlich stabil es ist schon es funktioniert schon sehr sehr gut und sie haben halt den fokus auf die richtigen sachen gesetzt dass die leute nicht dumm sterben ist klasse das ist das was ich mich bei oxygen not included regelmäßig geärgert hat wenn leute es schaffen sich einzubauen oder den weg hinter sich abzureißen und deswegen nicht mehr in sichere gebiete kommen das haben sie hier halt überhaupt nicht also die sind immer gut in der lage sich sauerstoff zu holen sich die heißen sie die das ging jetzt ja doch flott okay wir forschen mal nicht weiter das ging es ja richtig flott dachte wir hätten noch irgendwie 13 prozent zu machen wo ich gerade sagen wollte ist dass sie das ja dass die leute schlau sind also dass sie halt was was wir machen können hier jetzt hier arbeiten fünf leute obwohl wir nur vier leute in den shuttle reinkriegen und trotzdem werden die nicht ersticken das liegt halt damit zusammen dass hier ein sauerstoff reservat ist das funktioniert wenn eben kein stil da ist sodass das was da ist was halt noch nicht funktioniert mit dem micro oder mit dem schlau sein ist bei den gefangenen übernehmen weil da halt viel micro dabei ist oder im kampf aber mai der der hauptloop der hauptchor das ist der der funktioniert das ist der der wichtig ist was noch was liegt noch was dass er aber dafür jetzt hier außen rum gehen musste statt dass er durch die tür geht aber hier schutzt ist vermutlich nee und jetzt haben sie eben frei und schaffen es halt in die betten oder zum ausruhen das finde ich schon ziemlich mächtig ich glaube ich hätte hier gerne auch eine tür ich glaube der thermostat ist eh zu doch wird schon bewegt dann hier demontiert werden und eben noch eine tür rein würden kosten halt ein bisschen was also mehr als wände einen infrastrukturblock glaube ich aber ich glaube wir haben mehr als infrastruktur blöcke deswegen passt das so alberto kümmert sich hier um die pflänzchen und die früchte und die hat eine wachstumsrate von 100 prozent deswegen sehr schön so ernährungstechnisch es fehlt eben immer noch an müssen es fehlt halt an fett faszinierend zu sehen dass die faszinierend zu sehen dass die wörter dass das künstliche fleisch fettfrei ist dass es nur proteine sind wenn wir jetzt hier was fehlt uns jetzt wieder früchte haben wir eigentlich genügend wir machen jetzt hier noch mal eine reihe müßliches fleisch eine reihe nüsse nüffe welche nüffe und deswegen kann jetzt hier die chemische raffinerie in die ecke den können wir auch gleich bauen Valentin kümmert sich drum ah da fehlt strom ok 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 ist sogar seinen eigenen wandverteiler ich glaube bei der forschung würde ich jetzt ganz kurz mal das autopsie geschlein obduktionsfisch da erforschen weil das geht relativ flott mit nur 40 grundlegenden forschungen können wir so und dann hast du strom und du machst jetzt hier bitte chemische ding falls kleiner ein hoffen sanitätsartikel und flüssigkeit dünge machen wir mal falls kleiner 20 müssen überall aufs häckchen klicken dann explosions geschosse wenn wir gar nicht im moment an wichtigen ressourcen gering energium das ist strom das ist doof hier kriegen wir jetzt gerade nichts mehr raus ok dann machen wir jetzt ein ein bringt die leute bitte zurück und springen hier runter nicht energium haben wir hier haben wir auch niemanden zum handeln wir brauchen energium die verpulvern jetzt noch ein bisschen unseren treibstoff aber wir haben auch jetzt mal jemanden zum handeln gehabt ok hier kommen die mit denen handeln wir um energium zahlen wir was wir wollen wir haben wir haben rohstoffe wir haben masse und wir können ja das sind eben hier fix abbauen mich hyperion und das ist ja auch auch hier wert mal mal dürft ihr hier losdüsen hier bin ich gespannt wie wie schlimm wenn der aktiv wird wie schlimm viel wärmer das hier wird wie viel giftige gase da rauskommen und 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 aber wir haben jetzt auch hier schöne ja 24 grad mal 30 grad im reaktor raum das ist super hier so er hat glaube ich gerade produziert jetzt wird da was hin und her getragen wie viel verbrauchen die eigentlich pro sekunde und sozusagen wie lange lange hält das denn noch hier arbeitet wieder wird gelb aber finde ich okay und dafür kriegen wir jetzt halt dünge hier sie sind angekommen handel neuer handel gibt uns bitte energium sogar relativ günstig sehr schön und legt noch ein bisschen ferteleiser drauf müssen nämlich weniger chemische rohstoffe verwallern und dafür kriegt ihr ähm bam bam dünnen blöcke will ich eigentlich nicht aber ihr kriegt sanitätsartikel ne ihr kriegt nahrung so aber für die letzten kriegen wir halt fast nichts mehr hier kommen wir machen 5 von denen und 5 von denen da haben wir eben ein bisschen gewebe verkauft haben wir noch 600 credits nur noch ausgegeben und jetzt haben wir noch 1300 über das passt so dann haben wir unser energium wieder einmal verdoppelt wir könnten theoretisch noch was anderes verkaufen um unsere credits zu steigern ähm gerade hyperium haben wir halt 4 ähm aber es sieht also unser lager sieht so voll aus dabei ist es gar nicht so voll gefühlt da ist der handel da geht auch was ab naja der kriegt noch licht weil ich glaube dass wenn da was schief geht das ganz unpraktisch ich glaube tatsächlich dass er jetzt auch sogar schnell hier arbeitet und der ist leicht das ist genau dünge geht es immer auf 13 hoch da ist jetzt natürlich der handel mit dabei also an sie das gut gehen immer noch nöpfe aber das passt gut ich würde sagen nächste folge erweitern wir das schiff entticken in irgendeine richtung vermutlich in die und sehen dann weiter ich sag mal tschüss und ciao bis die tage es geht bis die tage die tage an bis die Untertitelung des ZDF, 2020